Bitcoin einfach erklärt. Hallo, Lars hier von it-zeugs.de und willkommen zu einem neuen Video. Hier geht es um Bitcoin. Nimm an, Karl will Emma Geld überweisen. Virtuelles Geld, also Bitcoins. Geld, was nur aus Einsen und Nullen besteht. Dann hat Karl das Problem, dass sichergestellt sein muss, dass das Geld Emma sicher erreicht, also dass das nicht verloren geht auf dem Weg und dass das Geld auch das Geld ist, was bei ihm abgebucht wird und also wirklich einen Wert hat und nicht etwa eine Kopie davon. Digitale Daten lassen sich ja leicht kopieren, gerade wenn diese nicht mit einem Kopierschutz versehen sind. Wenn sich jetzt die Bitcoins einfach kopieren lassen würden, dann hätte man eine ähnliche Situation wie zu Kriegszeiten, als Regierungen immer mehr Geld gedruckt haben und damit die Inflation, also den Verfall des Wertes des Geldes, angeheizt haben. Um die Bitcoins sicher von Sender zu Empfänger übertragen zu können, haben beide ein sogenanntes Bitcoin Wallet. Wallet steht für Geldbörse und dazu einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Die Bitcoins werden ja über das Internet versendet, also ähnlich wie E-Mails und das Internet als solches ist ja kein sicheres Medium. Und du weißt sicher, dass der E-Mail-Versand sehr unsicher ist, E-Mail-Absender können gefälscht werden und du erhältst auch viele unerwünschte Werbe-E-Mails. Unerwünschte Bitcoins würden wir alle gern empfangen, das wird wohl weniger die Gefahr sein, aber bei einem unsicheren Medium müssen wir auch sicherstellen, dass Bitcoins nicht einfach verloren gehen. Für die Übertragung muss Karl den öffentlichen Schlüssel des Empfängers, also der E-Mail-Mail, kennen und sich mit seinem privaten Schlüssel identifizieren. Das Verfahren ist ziemlich ähnlich wie bei der Website-Verschlüsselung, also wenn du über HTTPS eine Website aufrufst und oben in der Adresszeile einen Schlüssel siehst. Doch damit ist jetzt nur die Übertragung sichergestellt, aber nicht, dass der Bitcoin wirklich der Bitcoin ist, der dir gehörte und also wirklich einen Wert darstellt. Um das jetzt sicherzustellen, gibt es eine zentrale Datenbank, die öffentlich zugänglich ist für alle, wird bezeichnet als Shared Public Ledger und darin sind die Transaktionen in sogenannten Blockchains eingetragen. Ledger steht für eine Art Kassenbuch oder Transaktionsbuch. Die Transaktionen, die werden jetzt von Minern bestätigt. Die Miner bilden das Netzwerk, das Zugriff auf diesen Shared Public Ledger hat und mit den Blockchains da drin. Miner kann jeder sein mit geeigneter Art und Software, er muss aber Rechenleistung zur Verfügung stellen, damit das Ganze kryptografisch, also verschlüsselt, sicher abgelegt werden kann. Der Algorithmus, der da hinten dran steht, hinter diesem ganzen Bitcoin-System, er zwingt die chronologische Reihenfolge. Nichts kann nachträglich geändert werden. Er schützt also quasi die Neutralität dieses Bitcoin-Netzwerks und ermöglicht es den einzelnen Teilnehmern, sich über den Zustand des Systems zu einigen. Der Erfinder von Bitcoin, der Satoshi Nakamoto, der hat außerdem festgelegt, dass der Krypto-Algorithmus immer komplexer wird und die maximale Anzahl der Bitcoins auf 21 Millionen begrenzt ist. Man weiß übrigens gar nicht, wer der Erfinder ist, weil der Satoshi Nakamoto ist ein Pseudonym. Keiner kennt die wahre Identität. Es war zwar mal was in den Medien, dass man es wüsste, aber anscheinend hat es doch nicht gestimmt. Also, die Miner müssen als Gegenleistung für die Bereitstellung der Rechenleistung etwas erhalten und da kriegen sie einen kleinen Betrag in Bitcoin vergütet. Die Ausschüttung wird aber immer kleiner. Früher, am Anfang von Bitcoin-Seiten, war es interessant, mit dem eigenen PC-Mining zu machen. Mittlerweile braucht es aber spezielle Hardware, damit sich das Ganze noch lohnt. Weil Minen würde zwar theoretisch immer noch gehen, aber der PC muss ständig laufen und die Stromkosten sind dann einfach viel zu hoch. Was sind denn die Vorteile? Der Bitcoin ist unabhängig von der Zentralbank oder von anderen zentralen Stellen. Jeder mit Zugriff auf das Internet kann auf Bitcoins Zugriff nehmen. Niemand kann dir so einfach den Zugriff sperren. Auf dein Girokonto schon. Wenn du irgendwas machst, dass deiner Bank deine Nase nicht mehr gefällt, dann hast du möglicherweise ein Problem. Der Algorithmus, also das System, was hinten dran steht, steht unter dem sogenannten Open Source. Das heißt, es ist der allgemein zugänglich. Jeder kann sich das Ding anschauen, also diesen Algorithmus, diesen Programmcode, der da hinten dran steht. Man muss sicherlich schon entsprechende Programmierkenntnisse haben. Wahrscheinlich reicht auch nicht einfach gute Marktgekenntnisse, um das dann auch zu verstehen. Bitcoin hat auch Nachteile. Es ist so, dass ein anonymes Zahlen möglich ist und das wurde im sogenannten Dark Web, einem dunklen Teil des Internets, von illegalen Leuten für den Handel mit Drogen, mit Waffen und anderen illegalen Dingen genutzt. Und da hat der Bitcoin auch einen schlechten Ruf. Man muss immer noch so ein bisschen, zumindest ist es zwar einfacher geworden wie früher, aber so ein bisschen muss man schon computerfreak sein, also ein bisschen Spaß daran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde mal meinen, dass es nicht unbedingt für Oma Anna und Opa Heinz das geeignete Zahlungsmittel ist. Aber ein Zahlungsmittel, was es ursprünglich sein sollte, ist es eh nicht, weil der Kurs viel zu hoch ist. Wenn ich mir ein Weckchen jetzt bei der Bäckerei kaufen würde, dann müsste ich irgendwo 0,0005 oder so Bitcoins nehmen. Das ist sehr unzweckmäßig. Außerdem schwankt der Kurs sehr stark, was natürlich auch von Zahlungsmitteln nicht wirklich so der Hit ist. Sollst du nun in Bitcoins investieren, wie dir wahrscheinlich an anderer Stelle weisgemacht wird? Ich würde sagen, nein, denn niemand kann garantieren, wie lange der Kurs noch nach oben geht. Und generell bei solchen Sachen kann man eigentlich, finde ich, meiner persönlichen Meinung nach, nur Geld investieren, wenn man Geld hat, dessen Verlust nicht wehtut. Ich habe das nicht. Wenn du das hast, dann freut es mich für dich. Dann kannst du loslegen. Ansonsten wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Wo kannst du Bitcoins handeln? Ich kenne jetzt nur Bitcoin.de. Es gibt aber viele andere Börsen, wo das geht. Ich würde aber jedenfalls nach Erfahrungsberichten googeln. Also kannst du dann zum Beispiel bei einem Beispiel von Bitcoin.de kannst du bei Google eingeben oder natürlich auch bei einer anderen Suchmaschine Erfahrungsbericht Bitcoin.de. Es ist nämlich so, dass im Moment erhält man sehr viel Spam mit ein bisschen dubiosen Handelsangeboten. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil jetzt auf diesen Zug natürlich auch sicherlich der ein oder andere dubiose Anbieter aufspringen wird. So ein Wallet. Wie gibt es das? Das gibt es als Hard- oder Software. Da gibt es verschiedene Varianten und eine schöne Übersicht gibt es bei Bitcoin.org. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ist denn der Bitcoin das einzigste, was es gibt in der Art? Nee, es gibt bereits über tausend andere Kryptowährungen, zum Beispiel Ether, Dash, Ripple, Jota, Litecoin und viele, viele andere. Eine Übersicht gibt es auf coinmarketcap.com. Mache ich dir den Link auch nochmal in die Videobeschreibung. Das war es jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Abos des YouTube Channels. Schau doch auch auf item-zeugs.de vorbei. Den Link mache ich dir in die Videobeschreibung. Auf item-zeugs.de findest du viele weitere Tutorials rund um Office und andere Computerthemen. Du kannst auch die Newsletter bestellen und erhältst als Dankeschön mein kleines E-Book mit Office-Tipps gratis. item-zeugs.de ist auch auf Facebook. Ich freue mich, wenn du mir auch dort folgst. Bis bald. Tschüss.